Ray Liotta ist tot Der vor allem für Gangsterrollen bekannte US-Schauspieler Ray Liotta ist tot. Der Goodfellister starb nach Angaben seiner Sprecherin völlig überraschend im Schlaf. Er wurde 67 Jahre alt. Liotta habe sich zu Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik aufgehalten, sagte Sprecherin Jennifer Allen auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Ein Mitarbeiter am Nationalen Institut für Forensische Wissenschaft der Dominikanischen Republik bestätigte den Tod Liotas. Zu seinen bekanntesten Filmen zählt das Mafia-Epos Goodfellas aus dem Jahr 1990 von Regisseur Martin Scorsese, in dem Liotta an der Seite von Robert De Niro einen Gangster spielte. Er wirkte auch in Filmen wie Feld der Träume, Killing Them Softly und The Place Beyond the Pines mit. Im vorigen Jahr war er in dem Mafia-Streifen The Many Saints of Newark zu sehen.